Also Leute, ich weiß ja nicht, aber modisch bin ich mal wieder absolut on fleek. Das sagen die jungen Leute doch immer so, oder? On fleek? Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Keine Ahnung. Und damit einen wundervollen guten Tag, liebe Freunde von nah und fern und herzlich willkommen hier zu einer brandneuen und besonderen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery. An dieser Folge ist eigentlich gar nichts special oder besonders, weil es ist eigentlich eine relativ normale Folge. Abgesehen davon, dass ich dieses unglaublich neue, äh, unglaublich schöne neue Accessoire trage, das ich auf dem Elbenwaldfestival von Ulrike geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal an Ulrike für dieses Geschenk und, äh, ja, wirst du bestimmt nochmal im Laufe der Zeit in gewissen Videos wiederfinden. Genau. Ja Leute, wir sind hier gerade noch in der Winkelgasse und wir haben in der letzten Folge das letzte Kapitel soweit abgeschlossen. Wir befinden uns jetzt hier in, ähm, Band 2, Kapitel 2. Jetzt muss ich immer drei Sachen sagen. Einmal das Band, das Kapitel und die, den Teil von der Geschichte. Das ist ganz schön, also wir sind in Band 2, Kapitel 2, Geschichte 1 und 5. Ich hätte das nicht jedes Mal sagen, Leute. Das ist mir echt zu aufwendig. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Tut mir leid. Aber hey, ich habe jede Menge Energiepunkte gesammelt. Schaut mal oben in die Ecke. 1578. Das ist eine ordentliche Anzahl, aber ich muss gestehen, ich habe reingecashed. Ich hatte keine andere Wahl, Leute. Ich habe jetzt, äh, in einer Woche, äh, ne, in ein paar Tagen ist eine Woche Urlaub. So, guck mal, ich bin selber schon durcheinander. Das Elbenwaldfestival und so ist immer noch voll in meinem Schädel. Ähm, und, und, äh, ja. Ich hatte keine andere Wahl. Bitte lyncht mich nicht. Ich hasse mich selber dafür. Äh, gut. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal in die erste Aufgabe. Let's go. Und viel Spaß, Leute. Ah, jetzt hält es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Erinnert ihr euch an die letzte... Ja, safe, weil für euch ist ja nur ein paar Tage her. Äh, Jacob wurde angegriffen von Veruca. Die blöde... Piep. Ich wollte was anderes sagen. Äh, ja, sie ist wieder mit im Spiel dabei. Die dunkle Hexe, die meinen Vater unterstützt hat. Und, äh, ja, immer böse geblieben ist. Bei meinem Vater wissen wir es ja noch nicht so ganz. Aber, ähm, ja, sie ist letzte Folge aufgetaucht und hat Jacob schon wieder angegriffen. Vorher mit diesem komischen Kondi und Winktesfluch, weswegen der halb blind war oder ganz blind. Und jetzt hat er wieder eine abbekommen. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die mag meinen Bruder nicht. Ich weiß auch nicht so ein Gefühl, das ich da habe. Oh, und Chiara ist auch da. Und Olivia. Hallöchen, ihr alle. Ja, das kann man ja wohl laut sagen, armer Jacob. Ich wäre anders, äh, empört in ihrer, in ihrer Haut. Wie geht es ihm denn? Die gute Nachricht ist, dass alle seine Vital-Vitalfunktionen im normalen Bereich liegen. Die schlechte Nachricht ist, dass wir immer noch nicht wissen, was eigentlich mit ihm geschehen ist. Oh nein, jetzt kann er nicht nur nicht sehen, sondern vielleicht auch nicht mehr reden. Dann kann er mich nie wieder Pip nennen. Ich gönne es ihm so ein bisschen. Und bis er wieder aufwacht, werden wir keine weiteren Informationen erhalten. Ich verstehe das einfach nicht. Veruca ist einfach so aus dem Nichts aufgetaucht und hat Jacob angegriffen. Ist das etwas schlechtes Storytelling? Oder steckt da mehr dahinter? Wir kennen alle Hogwarts-Mystery-Leute. Es ist schlechtes Storytelling. Ist sie denn nicht in Asgaban? Dort sollte sie zumindest sein. Ist sie also ausgebrochen? Und warum hat sie ausgerechnet Jacob attackiert? Aber das ist schlicht und einfach unmöglich. Es ist noch niemals irgendjemandem gelungen, Asgaban auf eigene Faust zu verlassen. Moment mal. Daniel! Sieh nur! Oh! Olivia! Welch wundervoller Anblick für müde Augen du doch bist. Und sogar noch schöner als eh und je. Okay. Ja, zumindest seine Liebe für Olivia hat er nicht verloren. Was meinst du denn damit? Ich meine damit, dass sie der schönste Mensch ist, den ich je gesehen habe. Das ist süß und irgendwie... Ja gut, das ist einfach... Moment mal, er hat keine roten Augen mehr. Entweder hat Hogwarts-Mystery aus Faulheit einfach aufgehört, die Augen rot zu animieren. Was wahrscheinlich auch der Grund ist. Oder er ist nicht mehr blind. Was wiederum bedeuten würde, dass Beruka ihn geheilt und nicht angegriffen hat. Aber dann wäre er ja nicht bewusstlos zu Boden gefallen. Ich klicke einfach mal weiter, oder? Ja. Ja! G-G-G-G-G-G-G-Gesehen? Ja, ich... Moment mal. Ich kann's wieder sehen. Hä, als ob. Ich hab einfach recht gehabt. Hä, aber was? Wieso? Hä, weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Hä? Ich meine, okay, dann hat Veruca ihn anscheinend geheilt und nicht angegriffen, aber warum ist er dann auf den Boden und bewusstlos gefallen? Ich habe noch nie von einem Heilungszauber gehört, der jemanden bewusstlos knockt. Ich kann sehen! Oh, Jacob! Aber wie ist das denn möglich? Als einzige Heilerin in dieser Runde würde mich das natürlich ebenfalls brennend interessieren. Wir sollten so schnell wie möglich herausfinden, warum Jacob sein Augenlicht zurück erhalten hat. Ja, aber warum sollen wir dann nur mit ihm reden? Der hat doch selber wahrscheinlich keinen Plan von allem und... Hä? Naja, egal Leute, da müssen wir wohl durch. Drei Stunden, Ahoi! Gut, dann klären wir dieses Geheimnis mal in dieser wunderbaren Vierergrunde auf, wo anscheinend eigentlich keiner eine Ahnung hat, was hier eigentlich Phase ist. Aber hey, Daniel Granger ist dabei, also wird schon irgendein gutes Ergebnis haben. Bis gleich, Leute. So, und dann nochmal seufzen und dann nochmal zuhören und last but not least ansehen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, dann konzentrieren wir uns halt nochmal, das ist immer gut, Leute. So, Aufgabe abgeschlossen, nochmal ein paar Galeonen und weil ihr immer wollt, dass ich das sage, einsammeln! Es ist so schön, dass ich dich endlich wiedersehen kann, Pip. Und auch dich, Chiara, sagte er und guckt genau in die andere Richtung. Also wenn ich Chiara wäre, wäre ich jetzt beleidigt. Ich wünschte, er wäre wieder blind. Wir können wohl davon ausgehen, dass Verukas Angriff den Konyo-Wintis-Fluch gebrochen hat. Aber wir können nicht sagen, ob es absichtlich oder zufällig geschah oder ob es vielleicht noch eine andere Erklärung gibt. Glaubst du denn, dass Verukas ihren Fluch auf Jacob mit voller Absicht aufgehoben haben könnte, Daniel? Ja, nein, es war ein Zufall. Es gibt eine andere Erklärung. Also, dass es Zufall war, würde ich auf gar keinen Fall sagen, Leute. Das wäre, das wäre irgendwie lost. Also entweder ja oder es gibt eine andere Erklärung. Das, was halt theoretisch sein könnte, wäre, dass mein Vater, der ganz oft obviers noch lebt, Leute, also seien wir mal ehrlich, also da müssen wir jetzt nicht um den heißen Brei reden, äh, dass er sie wieder auf seine Seite geholt hat und sie dadurch wieder die Seiten gewechselt hat und mein Vater sie dann dazu gedrängt hat, den Fluch aufzuheben oder so. Oder mein Vater, oder sie ist trotzdem noch böse, weil ich glaube nicht, dass sie lieb werden würde. Dann hätte sie das ja schon längst gemacht. Ähm, aber sie wurde von meinem Vater gezwungen. Das könnte, ja, boah, Daniel, du bist ein guter Detektiv. Es muss noch eine andere Erklärung geben. Veruca kann nicht einfach aus Asgaban ausgebrochen sein und einen Sinneswandel ihrerseits sogar noch, äh, ist sogar noch unwahrscheinlicher. Oder? Oder nee. Ich dachte gerade irgendwas mit viel Saftrank, dass mein Vater das eigentlich war und als Veruca getarnt, aber warum sollte er sich als Veruca tarnen? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Oder doch? Was ist eure Idee, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Es wäre schon recht verwunderlich, wenn Veruca einfach so beschlossen hätte, mich zu heilen. Außerdem ist sie viel zu geschickt, um einen Fluch aus Versehen aufzuheben. Wenn es wirklich Veruca war, ist sie wohl die fehlende Zutat gewesen, nach der wir so lange gesucht haben. Und es würde zumindest erklären, warum weder wir noch die Heiler diesen Fluch eigenhändig brechen konnten. Aber warum? Warum sollte dir Veruca plötzlich dein Augenlicht zurückgeben wollen? Aus Zwang. Leute, hört auf meine Worte, schreibt's euch auf. Ich werde euch daran erinnern, dass ich das am Anfang gesagt habe, wenn's sich rausstellen sollte, dass es wirklich so ist. Ich hoffe nur, dass es nicht die Rückkehr von R bedeutet. Oh mein Gott, ich durfte das wieder sagen. Ach, wie schön. Fürs Erste sollten wir uns einfach mal auf die positive Seite konzentrieren. J-Cop kann endlich wieder sehen. Richtig. Und ich kann es kaum noch erwarten, in die Welt des Sehens zurückzukehren und mir alles anzuschauen, was ich verpasst habe. Das ist ziemlich zweideutig zu verstehen. Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß. Ich gehe da mal. Tschüss. Nicht so hastig. Wir müssen noch ein paar Untersuchungen durchführen, bevor wir dich aus dem Krankenhaus entlassen können. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen, was auch immer das Auftauchen von Veruca bedeutet. Sollte Veruca nämlich wirklich zurück sein, können wir auch nicht ausschließen, dass er zurückgekehrt ist. Ja, das ist wahr. Und wenn für die Rückkehr von R auch nur die kleinste Chance besteht, sollte ich wohl lieber Barnaby besuchen, um meine Freunde zu warnen. Ja, das ist eine Idee, Leute. Die Rückkehr von R hat sich ja, also ich weiß nicht, diese Gruppierung hat sich noch nie als sonderlich gefährlich erwiesen. Er erinnert euch bestimmt ans Ende meines siebten Schuljahres, wo wir die mal eben im Hand und Dreh mit ein paar Kindern aufgehalten haben. Vor den Toren von Hogwarts. Das ist aber auch sehr wild. Aber naja. Deine Freunde warnen. Komm so schnell wie möglich zu mir nach Hause, bevor ich wieder zur Arbeit muss. Er geht arbeiten? Ach ja, er geht arbeiten. Ja, okay, alles klar. Ja, Barnaby, das machen wir auch gerne. Aber erst in der nächsten Folge. Denn sonst komme ich hier, ne? Ich habe zwar viel vorbereitet und alles und viele Energiepunkte, aber wir wollen es nicht übertreiben, vor allem, weil die letzten Folgen immer sehr viel länger gingen, Leute. Ich hoffe, das ist in Ordnung soweit. Aber, was ich mal eben gerade ganz kurz nachgucken möchte, was ihr auch sehen wollt, laut den Kommentaren, die ihr mir immer so schreibt. Hier, diese Nebenevents zum Beispiel. Da kann ich ein paar Sachen freischalten. Ich müsste jetzt noch, ja, was will ich denn jetzt noch hier freischalten? Also das da oben und das da. Schließe erfolgreich 10 Minispiele im beliebigen, ja, das kriege ich ja so nebenbei und das hier müsste ich eigentlich auch, verdiene 16 Sterne bei, ja, das müsste ich eigentlich auch so hinkriegen. Ne, gut, Leute, da gucken wir mal und ansonsten gibt es momentan noch dieses Event hier. Ja, gut, die Zaubertränke, das mache ich jetzt aber noch nicht, da spare ich mir noch ein bisschen was zusammen und ja, ansonsten nichts Besonderes, magische Meilensteine und so. Ne, gut, Leute, ähm, ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag, wir sehen uns bei der nächsten Folge und bis dann, ciao, Leute! Hü-hü-hü-hü! Untertitelung des ZDF, 2020